Die neue Garmin Fenix 8 ist auf dem Markt. Ich habe die eine Woche lang im August schon vor der Veröffentlichung testen können, habe mit allen Uhren einen Halbmarathon gelaufen und habe noch andere Sportarten ausprobiert. Ich zeige euch die neuen Funktionen und alles, was mir aufgefallen und neu ist und für wen auch diese Uhren gedacht sind, weil vorab es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal eine Amulett-Variante und einmal eine Solar-Variante mit Memory in Pixel. Ich zeige euch ganz genau alle beiden und worauf sie unterschied oder vielleicht anders sind. Zusätzlich kam noch eine Enduro 3 auf den Markt, auf diese gehe ich hier nur kurz ein. Nach dem kurzen Intro geht es also schon gleich los, weil wir haben einiges Spannendes zu erklären. Ich bin Marcel, begeisterter Sportler, habe einen kleinen Sportfachladen namens Laufbursche und mache Vergleiche, Vorstellungen, Tipps und Tricks zu Sportuhren, Sensoren und so weiter. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, dann nutzt die Glocke, abonniert den Kanal, lasst ein Like und Kommentar da und profitiert von meinen Erfahrungen als Sportler und Sportfachhändler. Es ist mal wieder alles anders und doch irgendwie gleich. Die Fenix 8 gibt es als Amulett. Wer jetzt auf die Klickseiten der Gerüchteküche reingefallen ist, hat sich vorher hoffentlich nicht für ein anderes Modell entschieden, weil nichts ist mit, es gibt kein Memory in Pixel mehr, sondern wir haben hier eine Solar-Variante mit Memory in Pixel. Und so weiter gehört auch noch dazu, dass es eine Enduro 3 gibt jetzt mit Memory in Pixel und Solar und überragendem Monster-Akku. Achso, und Amulett und Solar gibt es natürlich auch nicht. Dazu natürlich zur Enduro später mehr. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch den Link zu dem Enduro 3 Video dann auch mal reingepackt. Da könnt ihr euch das in Ruhe machen. Da ich nur die Fenix 3 als Saphir bekommen habe, einmal die 43mm-Variante als Amulett und die 47mm-Variante Solar mit Memory in Pixel, blende ich euch zur Vollständigkeit, achso und natürlich die Enduro 3, blende ich euch zur Vollständigkeit jetzt einfach mal ein Bild ein, damit ihr die ganzen Sachen seht. Übrigens danke Garmin, dass ich vor dem Release das auch alles so bekommen habe. Mega. Also zwei Uhren und drei Größen, nicht ganz. Die Fenix 8 als Amulett gibt es in drei Größen, hingegen die Fenix Solar mit Memory in Pixel in bekannten 51 und 47mm-Varianten und nicht in der kleinsten Variante. Die gibt es nur und ausschließlich als Amulett und jetzt neu nicht in der 42mm-Variante mit 1,2 Zoll-Display, sondern in 43mm mit einem 1,3 Zoll-Display. Geiler Kompromiss, weil 0,1mm breiter, dafür 0,1 Zoll mehr und mehr Pixel. Das sieht man. Weiterer wichtiger Punkt, die 47mm-Varianten haben jetzt ein 1,4 Zoll großes Display und die 51mm, nein, kein 1,5 Zoll, sondern auch ein 1,4 Zoll großes Display. So, die Farben seht ihr auf dem Bild. Es gibt eine Karbon-Grau-Schwarze-Titan-Variante mit Saphir. Die gibt es bei jedem Modell und dann noch eine spezielle Farbe. Mir gefällt die Orange nur als Amulett und die Grüne als Solar. Mir hat auch was. Bevor ich zeige, was es da noch so gibt, kommen wir zu den Preisen. Die 43mm-Variante sowie die 47mm-Variante mit Titan und Saphir, egal ob Amulett oder Solar mit Memory in Pixel, kosten 1.099,99. Für die 51mm-Variante muss man 100 Euro drauflegen, aber da sind wir näher dann bei 1.199,99. Definitiv nicht günstig. Ehrlicherweise muss man sagen, dass eine Phoenix oder auch Epix noch nie günstig war. Aber ich sage es in den anderen Videos bei diesen Summen, muss die Kaufentscheidung gut überlegt sein. Es gibt halt Leute, die sich für diese Summen halt auch gebrauchte Autos kaufen. Wenn ihr bei uns eure neue Phoenix 8 Amulett kaufen wollt oder Solar mit Memory in Pixel Display und damit unsere Arbeit unterstützen wollt, so wie meinen kleinen Sportladen, dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt.laufbursche.de bzw. geht einfach unten in die Videobeschreibung, klickt auf die Links und geht auf Bestellen. Da unten ist auch ein Formular, falls nämlich noch nicht genug Uhren auf Lager sein sollten, dann können wir die ja vorbestellen. Wir werden uns sicherlich was Feines dafür eingefallen lassen haben, um euch das attraktiver zu machen. Ansonsten gibt es auch die Enduro 3 natürlich. Und zu jeder Bestellung, solange der vor Ort reicht, eine selbstproduzierte Sonnenbrille-Verpackung. Das ist das Case dazu. Nicht irgendwie billig dazugekauft. Davon haben wir halt noch einige. Deswegen machen wir das einfach so als kleines Dankeschön. Zusätzlich wird es noch bei der Phoenix 8 Amulett eine Version ohne Titone und Saphir mit Corning Gorilla Glass geben. Aktuell gibt es diese bei uns im Sportfachhandel noch nicht. Die kosten dann 100 Euro weniger, also 99,99 für die 43 und 47 Millimeter Variante und 1099,99 für die 51 Millimeter Variante. Und dann gibt es noch eine Phoenix E. Die gibt es ausschließlich in der 47 Millimeter Variante und mit einem 1,3 und nicht 1,4 Zoll Display. Aber mit der aktuellen Softnete wäre der Phoenix 8, aber ohne ORR der fünften Generation, sondern der vierten. Und auch durch die Neuheiten, Tauch- und Sprachfunktion, die ich euch noch zeigen werde, preislich bei unschlagbarem 799,99. Rundum dann noch die Enduro 3 in den bekannten Farben, wie halt immer in 51 Millimeter, 1,4 Zoll Display, Solar-Linse, unschlagbarem Abwärmung, Saphir Titan, ohne Tauch- und Sprachfunktion. Separat habe ich dazu noch ein Video, Videobeschreibung schauen, mit unglaublichen 899,99. Wie schon erwähnt, gibt es die Phoenix 8 jetzt als Amulett und einmal als Memory Pixel Solar, also Solar Memory Pixel, das ist richtiger. Eigentlich nicht wirklich neu, weil die Phoenix, beziehungsweise die Epix war ja eigentlich eine Phoenix als Amulett. Da wurde aktuell anscheinend der Name geopfert, beziehungsweise sieht es zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt so aus. Schauen wir uns die Amulett-Variante etwas genauer an. Die ist in der 43, 47 und einer 50 Millimeter Variante, aber nur in zwei Displaygrößen geben wird. Und zwar hat die 43 und die 47 Millimeter Variante ein 1,3 Zoll Display und die 47 und eine 50 Millimeter Variante haben ein 1,4 Zoll Display. Das ist neu. Vorher war es so, dass die kleine Variante in 42 Millimeter mit einem 1,2 Zoll Display kam, die 47 Millimeter Variante mit einem 1,3 Zoll und die 51 Millimeter Variante mit einem 1,4 Zoll Display. Im Übrigen stimmten dann übrigens nur zwei Gerichte, das ist eine 43 Millimeter Variante und Amulett, aber sparen wir uns die Gedankengänge dazu. Dadurch, dass wir jetzt in der kleinsten Variante ein 1,3 Zoll Display haben, haben wir natürlich mehr Pixel. In der 47 Millimeter Variante durch das 1,4 Zoll Display im Vergleich natürlich auch mehr Pixel. Nur bei der 51 Millimeter Variante ist das gleich geblieben. Ergo profitiert hier die kleinste und die mittlerste Variante schon enorm. Ansonsten sind die Uhren natürlich sehr gut draußen im Schatten in der Sonne und Indoor lesbar. Ich verliebe mich, ich habe zwar jetzt nur die 43 Millimeter Variante Amulett, aber ich verliebe mich immer mehr ins Amulett. Das ist wunderschön zu sehen und dadurch, dass jetzt der Vorteil ist, dass natürlich hier in der kleinsten Variante auch schon ein größeres Display drin ist und der mittleren auch ein größeres, da wird das natürlich immer, immer spannender und aktuell ist es auch so, dabei kommt die 965, also die vorher 965 mit ihrem 1,4 Zoll Display jetzt richtig Konkurrenz, weil natürlich da die Phoenix Amulett ja auch ein 1,4 Zoll Display in der 47 Millimeter Variante hat. Bei der Solar Variante ist es so, dass die Solarladelinse jetzt unauffälliger ist und da ich aber die 51 Millimeter Variante nicht habe, gehe ich davon aus, dass es wie bei der Enduro 3 ist, da ist die Solarladelinse schon eine Ecke größer geworden, aber immer noch sehr, sehr dezent. Wir müssen erst mal beim Design bleiben. Die Phoenix ist deutlich robuster geworden, robuste edelste Elemente, präzionsgefrästes Italium mit krass festem und hartem Saphirglas, mag ich, ein bisschen schmaler mit der Lunette geworden und wirkt deutlich edler und dezenter, gute optische Arbeit. Musste aber auch sein, denn die Polar Grid X2 Pro Titan war optisch schon eine richtige Ansage. Das Display ist wie gewohnt nicht gewölbt und die Lunette steht leicht über dem Display, das finde ich sehr gut, weil dann knallt man nicht als allererstes an das Saphirglas. Das ist zwar mega kratzfest und etc. pp., aber ich bin halt allgemein kein Fan von Kratzer. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen wieder bei der 265, 965 wird und dass wir irgendwie wie so ein gewölbtes Display haben. Gott sei Dank nicht passiert, bin ich nämlich ein Fan von. Die Tasten sind irgendwie anders, es ist schwer zu beschreiben, es ist aber irgendwie besser. Die sind jetzt induktiv, weil das ganze Ding soll zum Tauchen ausgelegt werden, ist zum Tauchen ausgelegt, dazu kommen wir auch später noch. Fühlt sich einfach irgendwie besser an, ist wirklich cool. Es sind also natürlich keine Löcher im Uhrenkörper dadurch. Jetzt ist der Start-Stop-Button auch anders eingelöst, ist nicht mehr so eingesetzt. Dazu kommt noch Sensorenschutz, um die Phoenix und die Sensoren vor den optischen äußeren Einflüssen zu schützen, gerade in Bezug auf Tauchen. Die Löcher, die ihr dort seht, sind von der barometrischen Höhenmessung. Der Uhrenkörper ist aus faserverstärktem Polymer, wie immer. Was noch auffällt und jetzt ganz neu ist, bei 12 und 6 Uhr sind Löcher drin und da wird es jetzt spannend. Das ist nämlich Mikrofon und Lautsprecher, das ist jetzt ganz, ganz neu. Dazu kommen wir später, es gibt noch neue Töne. Ich habe ein bisschen rumgespielt, das Mikrofon ist definitiv auf der 12 und definitiv sind auf 6 die Lautsprecher. Aber jetzt zogen dazu noch ein paar, zu den ganzen Modellen, ein paar Eckdaten und Zahlen. Zur Vollständigkeit jetzt noch ein paar Eckdaten und Zahlen, gerade im Vergleich zu den Vorgängern. Bei der 43mm Variante ist es so, dass es diese um 0,1 mm breiter geworden ist, aber um 0,3 mm schmaler. Hingegen ist die 47mm Variante um 0,7 mm dicker und die 51 um 0,5 mm dicker geworden. Das ist nicht viel, aber immerhin. Beim Gewicht gibt es auch noch Unterschiede. Die 43mm Variante ist 2 Gramm schwer geworden. Die 47mm Amulet Variante hat zur EPIX 2 Pro Saphir um 3 Gramm auf 73 Gramm und die Phoenix 8 Saphir Solar von 73 auf 80 Gramm zugenommen. Das ist mir aufgefallen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass jetzt hier auch ein 0,1 Zoll größeres Display mehr drin ist, also bei der 47mm Variante. Jetzt zwischen Amulet und Solar liegen 7 Gramm. Die Amulet ist leichter. Bei der 51m Amulet ist die Zunahme zur EPIX bei 4 Gramm auf 92 und bei der 51. Solar um 6 Gramm auf 95 Gramm. Sozusagen die Solar ist jetzt nur noch 3 Gramm schwerer als die Amulet Variante in der 51mm Variante. Wir haben eine komplett neue Software, die sich schon vor der 965 richtig stark, aber nicht komplett. Was mir richtig aufgefallen ist, natürlich, dass es bei der Amulet Variante alles um Längen geiler aussieht. Schaut euch einfach mal dieses Intro an. Das sieht wirklich richtig, richtig nice aus. Was mir aufgefallen ist, man kann jetzt die Schriftgrößen individuell anpassen, also nicht nur groß und klein. Es wird noch viel, das finde ich übrigens richtig, richtig nice, es wird noch viel, viel, viel mehr Neuheiten geben. Aber nicht vergessen, ich habe einen Prototyp oder ich habe Prototypen, die sind nicht für den Verkauf gedacht. Ergo, da wird es vielleicht noch eines geben. Es gibt neue anpassbare Display Designs, die ich aktuell schon habe. Habe ich euch mal gezeigt, das kann es nicht sein, da wird es noch viel, viel mehr geben. Es gibt eine neue Benachrichtigungsübersicht. Das ist natürlich blöd, weil ich habe keine freigeschaltende Garmin Connect Version, wie zum Beispiel der DC Rainmaker. Den Status habe ich einfach noch nicht, vielleicht noch nicht. Mal schauen, mit eurer Hilfe wird das vielleicht noch mal gehen. Ansonsten ist es so, normalerweise, wenn ihr noch umgegangen seid in den Übersichten, seid ihr wieder bei der letzten Übersicht angekommen. Jetzt kommt ihr sozusagen gleich in diese Benachrichtigungsübersicht. Mehr kann ich aktuell euch nicht zeigen. Mal schauen wir mal an, wenn es zum Verkauf statt los geht, was ich euch danach dann alles zeigen kann. Der Icon für den aktiven Timer, das mir sehr, sehr schnell aufgefallen ist, komplett geändert worden, weil ich viel mit dem Timer und Start-Stop-Uhr rumspiele. Ansonsten sind Aktivitätseinstellungen komplett überarbeitet worden und das schauen wir uns noch mal richtig gut an. Wenn du jetzt auf den Start-Stop-Button gehst, dann entscheidest du dich vorab jetzt, ob du eine Aktivität oder die Funktion der ZPP fällst. Das finde ich schon gut gewählt. Gehen wir mal auf die Aktivität Laufen. Dann kannst du vorab nach oben scrollen und dort siehst du deine aktuellen Einstellungen zu dem Sportprofil. Von Satelliteneinstellungen, Live-Track, ob Telefon dich stören darf, der Energieeinstellung und die gegebenenfalls Sensoren etc. Nach unten siehst du die Trainings, Navigieren, kannst du deine Aktivität bearbeiten und Uhreneinstellungen und ganz unten kannst du die Datenseiten aufrufen. Starten wir jetzt die Aktivität, wird dir angezeigt, dass das Touch-Display gesperrt ist. Das kannst du aber einfach entsperren und geht nach 10 Sekunden bei Nicht-Nutzung automatisch wieder raus. Ist gut mitgemacht. Vor allem, wenn man mal mit einer Karte spielen will, muss man halt das Touch-Display nicht ex-separat deaktivieren, deaktivieren. Ist der Touch an, dann kann man nach links in die Einstellung des Profils und nach rechts in Music wechseln. Ist der Touch aus, kann man über den Drücken des Langs-Buttons in der Mitte in die Einstellung. Drückt man den Button oben links, kann man heller, nicht heller oder lange drücken dann in die jeweiligen Steuerung machen. Der Button unten links ist für die Brieftasche und unten rechts zurück zur Uhr über das bekannte Schnellmenü oder kurzes Drücken wäre eine neue Runde. Und oben rechts der Start-Stop-Button oder halt beim langen Drücken kommt der Sprachbefehl. In den Einstellungen ist es jetzt möglich, auch zwischendurch die Sportdor zu wechseln, zu ändern. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was da das Ziel ist. Wenn man damit, dass man zum Beispiel nach einem 30-möglichen Kraftsport feststellt, dass man eigentlich ja schwimmen ist und stellt dann auch schwimmen um, also das kann ja sein, dass das so ist, oder will man halt vermeiden, dass es viele gestückelte Einheiten gibt, da bin ich mir noch nicht ganz raus, weil theoretisch könnte man sich überlegen, ich gehe halt erst laufen, danach gehe ich Kraftsport machen im Fitnessstudio und anschließend mache ich Yoga, dann hätte ich jetzt drei einzelne Einheiten, aber wenn ich das wirklich in einem Dings durchziehe, dann habe ich halt eine Einheit. Da ich es mir in der Garmin Connect App noch nicht anschauen konnte, müssen wir mal warten, wie Garmin sich das gedacht hat. Ich habe dazu einfach gar keine Infos. Falls ihr dazu Gedanken habt und ich habe auch das Schwarm-Tipp-Wissen einfach mal wissen möchte, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, bin relativ gespannt, was ihr dazu denkt. Es gibt noch viel, viel mehr, das ich in den Präsentationen gesehen habe, aber jetzt so auf der Uhr noch nicht gefunden habe. Ich habe halt einfach noch keine Vollversion und wer weiß, was alles da mit dem Händen noch freigeschalten ist. Also seid gespannt, was da wirklich am Ende des Tages dann noch alles noch drauf ist in der Software, was ich noch alles so finde. Bei den Karten gibt es nicht so viel zu erzählen, aber was finde ich halt ziemlich spannend. Es gibt einen neuen Zoom-Skala-Radius. Der wird halt oben angezeigt und beginnt bei 20 Metern, geht über 35, 55, 90 und so weiter. Dann kommt ein Kilometer, irgendwann 2, 3, 5, 7, 12, 18, 30 und dann sieht es alles wie zuvor aus. Und unten in der Mitte steht dann gleich 12 Kilometer und das geht dann in relativ groben Abständen bis zu 800 Kilometer. Was halt wirklich auffällt, es bauen sich die Karten viel, viel, viel schneller auf. Dann gibt es noch einen neuen Orientierungs-Icon. Das ist das da oben mit den drei Punkten, sowie schnellere Karten-Lehr-Ausfall. Das finde ich halt geil, das kannte ich vorher auch so nicht. Man kann sich ja so genau auswählen, welche Karten man jetzt also haben möchte und nicht haben möchte. Mega cool. Was man halt aufbaut, vielleicht gibt es deswegen auch so schnell. Es gibt einen Schnellzugriff auf zusätzliche Suchfunktionen, spezifische App mit gespeicherten Wegen und Strecken und Wegpunkten etc. Und es gibt Garmin Share. Da könnt ihr zum einen die ganzen Strecken, die ihr habt, zu einer anderen Garmin-Uhr, die Garmin Share hat, gleich teilen. Das ist ziemlich nice. Ihr könnt auch Trainingsteilen. Wir haben das hier mit den Trainingsprobieren. Das funktioniert ziemlich gut. Ansonsten gibt es noch einen Durchlauf der Navigationsseite für eine bessere Übersicht, Routenvorschau mit unterschiedlichen Berechnungsoptionen und Dynamic Route Trip. Dynamic Route Trip. Das kennt man so oder so ähnlich schon. Also du erstellst hier eine Strecke. Drei Optionen bietet dir an. Stellst vor die Kilometeranzahl ein und in welche beliebige Richtung du gehst. Bis dahin ist alles tutti-frutti und alles normal. Dann ist es aber so, kommst du von der Strecke ab, aus welchen Gründen auch immer, wird dynamisch, passend zu deiner Kilometeranzahl und zu deinem Start- bzw. Endziel, wird die Strecke dynamisch angepasst. Das ist richtig, richtig nice und funktioniert auch ziemlich, ziemlich gut. Also wie ihr beim Navigationsgerät, wenn ihr irgendwo anders lang fahrt, dann nimmt ihr die Strecke von dort und macht es halt neu und fühlt dich halt nicht vorher wieder star auf die Strecke zurück und dann geht es erst weiter. Zu sich hat man die Chance, bei einer Strecke mit Distanz eine Back-to-Start-Funktion einzurichten. Dann wirst du ab 40% der Strecke, die du erledigt hast, darauf hingewiesen, dass jetzt gleich wieder zurückgeht und erstellt die Strecke für dich. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ansonsten gibt es beim Thema Ski noch einiges, beziehungsweise Wintersport, nämlich auf der Piste. Ansonsten habe ich mir aufgrund des Sommers halt überhaupt nicht angesehen und weil ich überhaupt gar kein Skityp bin. Es gibt also eine Skitag-Analyse. Dann zeichnest du auf, wie lange und unterschiedlich du auf Anspruch für den Pisten verbracht hast. Was sind die weltweiten Pistenpläne mit Schwierigkeitsinformationen? Es gibt über 200 Skigebietskarten, die vorinstalliert sind, die Aufzeichnungen der Abfahrten. Es wird automatisch jede Abfahrt während des Skitages aufgezeichnet und bei der Liftfahrt kann man die letzte Abfahrt übersichtlich analysiert werden. Das ist überhaupt nicht mein Thema und wie gesagt, ich habe mir das auch gar nicht angeschaut. Man kann jetzt mit der Phoenix acht Anrufe annehmen und Anrufe tätigen, natürlich nur mit einem gekoppelten Smartphone. Da das bei mir aktuell nicht ging, übergrund meiner Garmin Connect Version, die natürlich nicht freigeschaltet ist für die Phoenix 8, aktuell nicht freigeschaltet ist für die Phoenix 8, konnte ich natürlich das nicht testen. Vielleicht mit eurem Support wird das irgendwann mal möglich sein. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo und Like unseres YouTube-Kanals. Da würde ja meinen kleinen Sportladen einen Riesengefallen tun, damit ich auch weiterhin vor einem Release sowas aufnehmen darf. Dann gibt es noch einen Sprachassistenten, der direkt auf Siri, Google und Co. Zugriff hat. Und damit ihr euch euer Smartphone was suchen lassen könnt. Auch die, könnt ihr euch Textnachrichten verfassen, beantworten, Fragen stellen und auch eure Smartphone-Geräte steuern. Gleiches in grün, kein gekoppeltes Smartphone, kein Zeigen. Stelle den Timer auf 5 Sekunden. Jetzt gibt es auch Sprachbefehle und ihr könnt halt offline oder mit Steuern, könnt ihr das sozusagen über die Steuerungsmenü machen. Oder ihr drückt halt lange die Start-Bot, Start-Stop-Button. Deswegen habe ich das gemacht. Jetzt geht der Timer nämlich schon an, damit ich euch das gleich zeigen kann, wie das geht. Was ich ein bisschen schade finde, auch gleich mal so eine kleine Kritik. Ich weiß aber nicht, wie das im Akku sich verhält und dass die Garmin in der Ensel zu müssen. Es wäre natürlich geil, wenn man da sowas wie mit Hey Garmin das Ding wecken kann. Vielleicht geht das, aber aktuell weiß ich nur Start-Stop-Button, lange drücken, dann geht es. Oder in der Steuerung aufrufen. Für mich ein unterschätztes Gadget hundertprozentig, weil das ist nicht schon richtig nice. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch erst so ein bisschen unterschätzen wie die Taschenlampe. Aber finde ich halt richtig nice. Kannst halt schnell was nicht machen. Und was auch geil ist, sind halt, du kannst Sprachnachrichten aufnehmen. Finde ich richtig, richtig cool und das kann man auch relativ schnell vorführen. Du drückst halt deine Steuerung auf und legst das schon los und sagst, ich hätte gerne eine Sprache. Abonniert, laufbursche. Abonniert, laufbursche. Finde ich ziemlich, ziemlich mega und wild und freue mich richtig drauf, dass das auf den Uhren ist. Dann gibt es jetzt noch sportspezifische Trainingspläne. Das werde ich halt nur erwähnen. Das kenne ich so ein bisschen aus den Präsentationen. Habe ich jetzt nicht alles gefunden. Dann gibt es halt neue Angebote an Trainingsplänen, speziell für deine Sportart, die zur Verbesserung der Leistung beitragen und verletzen vorbeugen. Das, wie gesagt, kenne ich nur aus der vorbeugenden Präsentation, die ich da mal vor ein paar Wochen gesehen habe, die mir gezeigt worden ist. Was ich mir in Erinnerung geliebene ist, ist Stabi-Training für Trailrunning, Skri-Mobility und Gility. Und das war beim Schwimmen, Radfahren, Running und so weiter, gibt es eine ganze Menge, auch für Golf, Tennis. Die Liste war wirklich lang. Und zusätzlich gibt es definitiv noch Krafttrainingspläne, die eine Vielzahl an anpassenden Krafttrainingsplänen da realisiert, um die Kraft, natürlich deine Kraftfähigkeit kontinuierlich zu steigern. Sorry, dass ich das jetzt nur so vorplaudern muss, aber zur Vollständigkeit gehört es ja dazu. Dann gibt es aber auch noch was ganz, ganz Neues, das ist das, warum die Phoenix 8 auch so robust geworden ist, auch gerade mit dem Sensorschutz und induktiven Tasten. Sie hat jetzt auch Tauchen. Da sagt ihr jetzt so, naja, war da nicht vorher schon was? Nein, jetzt geht es um richtig zertifiziertes Tauchen, gerade mit Single Gas und Co. Die ist bis 40 Meter richtig sicher. Und da gibt es eine EN 13319 zertifiziert, das ist mit internationalen Anerkennungsstandards für Tauchequipment, also auch sicherem Tauchen. Da gibt es jetzt Abnome-Tauchen für Tauchgänge bis 40 Meter, Tiefen-App, eine übersichtliche App, die den Tiefenverlauf zeigt, egal ob man einen Pooler mehr. Ich hatte mir das zwar vorgenommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich da irgendjemand mit den Unerkenntnissen, habe ich das komplett sein gelassen und ich kenne mich mit Tauchen halt wirklich so gar nicht aus. Da bin ich halt gespannt, was da so andere dann noch zeigen wollen, aber zur Proforma habe ich das einfach euch jetzt einfach mal erwähnt, dass ihr wisst, okay, deswegen ist sie so robust und Tauchen gibt es jetzt mit drin. Das heißt, hier hat Garmin wieder sein Spektrum für eine Phoenix, also den kleinen Arounder, der alles kann, richtig gemacht. Wenn ihr richtig tauchen wollt, dann gibt es natürlich bei Garmin auch die entsprechenden Tauchen. Bei der Taschenlampe hat sich auch ein bisschen was gemacht und zwar, die ist definitiv jetzt heller oder sie ist halt weißer, ist in Summe auch scheißegal, weil das Ding wirkt definitiv heller und sie macht richtig Spaß. Ihr werdet sie wirklich nutzen und das ist richtig toll. Für die, die es nicht kennen, ist jetzt mit, ist es so, dass es eine Schnellmenüauswahl, das auch gleich mitgibt, damit ihr das am Display auch gleich machen könnt, hatten die Phoenix 7 mit Update und Epix auch schon gehabt, ist halt ziemlich cool, ist jetzt aber hier auch drauf, für Leute, die es nicht kennen. Ansonsten, falls ihr denkt, das ist ein unterschätztes Gadget, nein, ihr werdet es wahrscheinlich jeden Tag nutzen, schon wenn ihr auf Toilette geht, die Nacht oder sonst irgendwas oder halt nachts, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder vielleicht auch in einer nassen, ekligen Jahreszeit, wenn es dann langsam wieder losgeht. Ihr könnt nämlich einstellen, dass dieses Ding nach Sonnenuntergang oder wenn ihr wollt, wenn er vorne läuft, weiß blitzt und nach hinten rot, das ist im Winter wirklich ein geiles Sicherheitsgadget, gerade wenn sie die Tage wieder so kurz wären. Kommen wir nur zum Akku-Batterie, da blende ich euch das jetzt gleich entspannt mal ein, erzähle ich euch ein bisschen was dazu, stoppt das Video, wenn euch das zu schnell geht und guckt euch das ganz, ganz in Ruhe an. Die Solar-Variante hat halt deutlich mehr Akku, wer hat es erwartet, die 43mm als Amuland ist immer gleich wie zuvor, aber die 47mm ist im Smartwatch wenig, ähnlich mit der 7 zu 16 mit und ohne Always-On, aber trumpft dann mit GPS zu 37 zu 47, vorher 30 zu 42 Stunden. Die 51 AMOLED legt schon im GPS-Modus mit 65 zu 84 Stunden zu, die Solar hat halt das im Vergleich stromsparende Memory-in-Pixel-Display und ein überarbeitetes Solar, das glänzt beim Akku richtig, vor allem in der 51mm-Wariante mit 30 zu 48 Stunden ohne und mit Solar und 95 zu 149 Stunden beim GPS. Ich will aber noch einen aussagen, denn die Enduro 3, die ich euch jetzt mal nur so pro forma zeige, ist halt noch krasser, da fehlt zwar das Tauchen, die Sprachfunktion, aber 36 und 90 Tage im Smartwatch-Modus, also ohne und mit Solar und 120 zu 320 GPS-Stunden ohne und mit Solar, das ist eine richtige Ansage. Schaut euch das andere Video zu Enduro 3 an, unten auch zu den Links in der Videobeschreibung. Bums! Ich finde, Garmin hat mal wieder seine Hausaufgaben gemacht, eine neue dynamische Software und auch die Optik wurde angepasst, das war meines Erachtens auch endlich mal wieder notwendig und dann gleich das neue Thema Tauchen mit rein. Spannend, warum auch nicht, Golf ist ja auch drin, die Phoenix ist einfach noch zum Allrounder schlechthin geworden. Wir sind jetzt bei der Phoenix 8 auch mehr bei einer Smartwatch, wir können jetzt telefonieren mit der Uhr, Sprachbefehle, Sprachnotizen. Ich werde mit der Uhr definitiv nicht telefonieren, aber ich habe auch damals gesagt, ich finde die Taschenlampe doof, wisst ihr, was der Bauer nicht kennt und mittlerweile liebe ich diese Taschenlampe, also von daher, mal schauen, wir sind mit der Zeit gegangen und ich denke, ich werde das auch. Wir haben jetzt die Chance, der AMOLED-Welt mit dem Akku des Memory and Pixel Displays zu kombinieren, also mit dieser Akku-Power, das finde ich schon richtig geil. Geil ist auch jetzt so, dass es bei der 43mm Variante einfach ein kleines größeres Display gibt und jetzt für mich richtig, richtig gut die 47mm Variante hat 1,4 Zoll Display. Das heißt, ich habe im Laden einfach nicht mehr diesen blöden Kompromiss mit, ich nehme das kleinere Display mit der 47 mit 1,3, weil die Uhr mehr halt sonst zu groß ist, verzichte deswegen auf das größere Display bei der 1,4 Zoll Variante, der 51mm. Das haben wir jetzt einfach nicht mehr, 47 und 51 haben dieselbe Displaygröße und im Endeffekt entscheidest du dich jetzt zum mehr oder weniger Akku und das finde ich halt schon richtig, richtig nice. Vielen lieben Dank. Passend dazu finde ich halt einfach, denkt an die neue Software, dass man halt die Schriftgrößen individuell anpassen kann. Da geht das alles mit dieser ganzen Optik, der Lünette und Robust einfach schon so ein bisschen unter, weil es gibt so viele kleine Neuerkeiten, die halt einfach diese neue Welt mit sich bringen mit der neuen Software. Ob das nun diese dynamische Streckenanpassung sind, so kleine Features mit der Back-to-Start-Funktion bei den Streckenzielen oder whatever, was noch alles mit da so dabei ist oder dass man die Strecken und Trainings jetzt mit Garmin Share teilen kann. Das ist halt einfach so, das geht so ein bisschen unter, finde ich, aber es sind alles Features, die wirklich wichtig sind und einfach mit dem Stand der Zeit gehen. Wenn ihr so eine Uhr haben wollt, dann bitte unten in die Videobeschreibung schauen, klickt auf die Links und bestellt die gern bei uns, würden wir uns halt sehr freuen. Ansonsten, wenn die Uhr nicht auf Lage sind, könntet ihr die gern vorbestellen bei uns, da haben wir auch ein Formular dazu, werden uns sicher was einfallen lassen. Gebt bei uns auf jeden Fall eine Sonnenbrille mit dazu. An der Stelle nochmal danke Garmin, dass wir die Uhren vor der Veröffentlichung haben durften und alles uns auch so anschauen sollten. Bitte immer unten in die Videobeschreibung gucken. Achso, die Sonnenbrille zu jeder Bestellung, habe ich zwar gerade gesagt, gibt es halt dazu, solange wir das haben, egal in welchem Fall auch immer. Und dann schauen wir mal weiter, wie das dann bei der Endversion ist, wenn das dann rauskommt, was es noch so alles Neues zusätzlich zu entdecken gibt. Wie immer. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion oder schreibt mir eine E-Mail an kontakt.laufbursche.de. Wer uns auch noch nicht kennt, auch allgemein zum Angebot etc. pp. Wir sind Sportfachinler seit 2010 mit eigenen Sportlern, wie ihr seht, haben überragende Bewertungen, 30 Tage Rückgabe-Recht. Alleinstellungsmerkmal finde ich immer so, turbogeilen Versand, nur mit Premium-Dienstleistern wie DL&Co. Wenn ihr eine Frage habt, kriegt ihr meistens innerhalb von wenigen Stunden eine Antwort, egal an was für einen Tag, auch Silvester, Weihnachten, sonst sind wir meistens ich, der dann dran sitzt, spätestens nach 24 Stunden und nicht einfach so, wir werden uns bei dir melden, sondern schon was Fundiertes. Macht immer wieder Spaß, kommt gerne auch mal rein, schaut euch den Laden an, haltet einen kleinen Schnackerchen mit mir und trinkt einen Kaffee. Schaut euch was Neues an, vielleicht auch mal einen Schuh, euer Marcel von laufbursche.de, der Sportlern.